Hey Leute, ich bin endlich in Bangkok angekommen. Ich warte jetzt hier noch auf mein Gepäck, aber es sieht so aus, als würde es nicht kommen. Denn da steht schon dran, dass es das letzte Gepäck ist und ich dachte dieser, dieser Rucksack, der da gerade ist, das ist ja meiner. Aber mein Gepäck ist nicht da, aber ich weiß gerade echt nicht, was ich ohne mein Gepäck machen soll. Vielleicht habe ich Glück und es kommt noch an. Ich halte euch auf den Laufenden. Draußen sind es auf jeden Fall schon mal 30 Grad. Und dann habe ich nicht mal eine kurze Hose, ich habe nur noch die Jordan Hose hier an. Ich bin gerade am Hauptbahnhof angekommen. Ich habe mir ein Ticket für einfach heute gekauft. Und hier kommt ein Car. Hat glaube ich 23 Euro gekostet an die laotische Grenze. 20 Uhr geht es los in dreieinhalb Stunden. Ich habe richtig Bock, denn da kann ich endlich schlafen. Und der Zug von Chiang Mai nach Bangkok mit dem Schlafabteil war ja auch richtig geil. Und hier mitten in der Halle warten einfach so viele Leute. Und sie sitzen einfach auf dem Boden, weil es nicht genug Plätze gibt. Mal wieder in Bangkok. Ich kann es kaum glauben Leute. Ich bin da verletzt. Ich bin da, ich bin da. ich habe einfach vergessen dass in thailand ohne adapter möglich ist umso besser schaut mal unten in der infobox vorbei da habe ich alles verlinkt was ich so mit auf meiner weltreise habe was ziemlich ziemlich wichtig ist und was man eben auch nicht vergessen sollte also vorbei und dann vergesst ihr auf jeden fall auch nichts auf eurer großen reise so leute jetzt geht schlafen ich hoffe ich kann mal wieder acht spunden durchschlafen und die letzten drei nicht habe ich ja immer nur zwei bis drei stunden geschlafen deswegen wäre ich jetzt extrem froh durchzuschlafen und vor allem gut damit ich dann in laos angucken bzw an der thailändisch-nautischen grenze um dann mein visum zu beantragen und rüber zu laufen um dann nach vietjang mit dem bus zu fahren und meine kumpel zu trinken ich freue mich mega doll ich habe gerade noch meine haare gewaschen in dem klo was ihr vorhin gesehen habt mit einem waschbecken mit einem durchmesser von 20 cm hat nochmal geklappt und muss zu sein ich habe mich echt nicht mehr wohl gefühlt so als kleines update und dann sehen wir uns morgen wieder denn ich lege mich jetzt hin ich habe sachen fertig gepackt den neuen rucksack fertig gepackt hier noch ein bisschen abgedichtet damit es nicht mehr so hell ist durch das nicht passiert direkt neben alles ist also eine gute möglichkeit ein bisschen besseren aufzubekommen ein paar tricks kenn ich schon alles klar dann bis morgen leute